Ja, das ist jetzt einfach ein bisschen blöd. Jetzt habe ich da wirklich wirklich Platz nehmen. Da hast du eine verdammte Krüppdosen angekriegt. Also, ich habe ja schon ein bisschen zugenommen. Ich habe den letzten Wochen genommen und Winterspecke angelegt. Aber so extrem ist. Also, so sieht es echt ganz gut. Vielleicht können wir noch das Weihnachtsstern schnuppen da drin. Und dann ist es gleich wieder ein Sturzflug. Nein, es hält jetzt wieder. Ich muss eigentlich die andere Titel als vorher machen. Ich muss eine Kugel. Oh, seid ihr Männer bereit für eure super, super, spezielle, spezielle, geheimen, geheimen, Aufgabe? Ja, weg! Ja, natürlich! Ich bin so an, weil ich was überlebt bin. Ich bin so an, weil ich was überlebt bin. Ihr habt die Ehre, für einen Neuanstrich meines Wohnzimmers zu sorgen. Ja! Aber ich muss euch ausdrücklich warnen. Diese Farbe hier ist absolut nicht abwaschbar. Die geht mit überhaupt nichts mehr weg. Und wenn ich auch nur einen Tropfen auf etwas andere meiste Wand sehe, dann reiß ich euch die Hinterteile ab und hänge sie mir über den Kamin. So viel Spaß bei der Arbeit. Bis zum nächsten Mal.